halloche leute willkommen zurück zu einer weiteren folge von superland weiter geht es und zwar hat dir eine type letztens gesagt dass die fliegen mit lava besser klarkommen als mit wasser und ich befürchte also was heißt ich befürchte ich kann das einfach weg machen easy peasy hier bin ich glaube ich herkommen so hell man so hell und es wird geburnt alles eingesammelt sehr schön hier brauche ich lava wie komme ich denn an die laba frage ich da noch was machen ich muss das jetzt ja schnitzel ok was ist das für ein cube mit dem kann ich irgendwie nix machen ach ich kann noch was verbinden wahrscheinlich mit der ach ja ok mir fällt was ein ich muss ja mal durch die laba durchlocken ach gottchen das geht nicht oder doch nee das geht noch nicht das laba fliegen naja sind laba fliegen was eine hübsche sache feuer fleiß schon lustig mal dahin ich möchte ganz gerne erstmal raus aus dieser augen tötenden schusskraft mal zwei woher will ich gar nicht hin oder was oh mein gott war nur ein secret ach guck mal wir hätten das hier oben nutzen können jesus aber ich komme nicht mehr zurück oder ach das ist ja süß das ist gar nicht zum weiterkommen ach menno vielleicht so lang wo 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 what the fuck hey die tür will die mich weiter nein das ist leider angeblich kein metall kannst du mir sonst kannst du mir nicht erzählen so geht das vielleicht nope hätte ich dachte ich könnte da hinten ran weißt du aber scheinbar nicht schade auch so ne sicht wäre ganz gut aber leider ist immer wieder so ne aids sicht hier siehst du oh gott ist das widerlich einfach gar nichts aber ich komme irgendwie nicht weiter töten ihr mich? nö tja haha wie komme ich damit jetzt wieder zurück ich muss sicherlich diesen translocator nutzen um hier weg zu kommen um hier weg zu kommen tja macht nur ne stirn lass mich raus kann ich irgendwo hochlaufen das ist leider da hinten das mit dem hohen ding das ist schade sonst hätte ich hier hochlaufen können also wenn die sicht nicht ganz so ekelhaft wäre dann wäre das echt cool aber leider ist die sicht ekelhaft ach manno man sieht hier einfach gar nichts man warum müssen diese farben so extrem sein tja das ist doof tja das ist doof tja das ist doof auf die eier vor allem es sind halt keine rätsel ich weiß nicht wo ich hier lang laufen soll es gibt einfach keine weiteren möglichkeiten ich vermisse so ein bisschen die zeit vom anfang wo man noch kämpfen konnte und wo nicht nur 24 7 so ne bullshit rätsel gewesen sind ach das war nach zeiten gewesen ja wie komme ich hier wieder raus eine gute frage wie gesagt keine ahnung hätte was oder ja hätte was hat was schon ein bisschen ganz ein bisschen ein cheating oder das teleporten problem ist dass ich hier nicht lang komme weil wenn ich jetzt hier unter mich stürzen lasse bin ich wieder am anfang das ist natürlich auch doof also ich muss weiter nach oben oder was egal nix zu viel rauch zu viel rauch oder eine schöne klare sicht eine schöne klare sicht aber hier geht es auch nicht weiter komisch aus bling bling möchte nicht mit diesem lavateil sein der ist doof oder nun oder 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 ja also bin ich schon mal hier oben Aber ich komme hier nicht weiter, hm? Ah, das Teleport ist schon nice. Ah, das Translocaten. Wie auch immer ihr es nennen wollt. Ah, ich bin fast draußen, Leute. Eine beschissene Wand trennt uns noch. Aber wie komme ich da oben hin? Wie komme ich da hin? Ich weiß es nicht. Also der Weg da hinten wäre schon nicht verkehrt, aber... ...dem geht es halt nicht lang. Weil wir da einfach nicht lang kommen. Wir sind leider Gitter. Aber dass ich da nicht durchpasse, ist so traurig. Oh, da geht das? Funktioniert doch. Easy peasy. Ich bin draußen. Ich bin draußen, Leute. Da drüben ist noch ein Schlüssel. Ein riesiger. Und den brauche ich für eine Tür wahrscheinlich. Ich hoffe, das ist doch richtig. Keine Ahnung. Wo muss ich eigentlich hin? Brauche den Schlüssel. Definitiv. Und wenn ich jetzt runterfalle und ihn verliere, dann wäre das total bedauerlich. Oh Gott, da ist ein Lava. Ja, gut. Irgendwie nicht so geil. Ich will erstmal, dass er auf jeden Fall unten ist. So. Ach, guck mal. Da geht es auch nach oben. Alles klar. Ich bin also eh safe. Das hat sich aktiviert. Äh, wo muss ich raus? Ich bin schon wieder komplett. Ich bin in einem komplett neuen Areal, kann das sein. Sehe ich gerade. Ist gar nicht das alte Areal. Ich habe gerade diesen Prototyp für ein Warnsystem installiert. Platziere eine Lampe in der Box, um das Panik-Level einzustellen. Ich muss mich rot machen, ha? Bin ich nicht rot? Ich würde erst einmal diesen Schlüssel nutzen wollen. Ähm. Aber wofür? Eine gute Frage. Tudum, tüm. Da hinten ist noch ein Weg lang. Aber hier muss ich einfach wahrscheinlich nur die... Ah, gute Frage. Ob ich den Schlüssel mitnehmen kann, wenn ich Translook her. Ach da. Ich bin mal hier, war ich auch schon. Und wie habe ich das Gefühl? Habe ich was übersehen in dem Bereich? Klick. Hey, Bro. Bitte hilft mir nach Blueville zurückzukommen. Ja, kein Ding. Ja, hier bin ich lang, oder? Ja, hier bin ich lang. Hä? Ja, doch, hier bin ich auch lang. Alles klar. Wo ist er? Da. Ich muss mich röten. Ich brauche etwas rötliches. Was ist das? Eine Karotte in der grünen Box. Karotte? Orange. ja vor allem wie muss ich dann da färben der ist einfach das einfach blau geworden also wieder zurück wir müssen das nutzen dann kommt er dann machen wir das damit nämlich die farbe nicht abgewaschen wird ich brauche seine kräuter meine nerven zu beruhigen hat nicht funktioniert ist eine lampe darin das ist so langsam oder hat ich habe das zu langsamer wirklich schneller ich weiß nicht wo sie mehr karotten geben oder ich kann nicht in pushen wenn ich selbst kann nicht orange werden muss schon eher machen so richtig aber er ist zu langsam kann ich mir einfach in den arsch treten eine lampe in der box platzieren kann ich mich einfach ein ich kann langsam machen also schneller machen bruder er macht also ganz schneller wenn die farbe erreicht ist die karotte hat nicht gefunden das rote ist eigentlich die karotte oder das kann sein dass ich sie oder sie da rein platzieren von der seite stopft sie rein tja jetzt habe ich zwar rot gemacht mir bringt das noch nicht so viel was muss denn die karotte sein normales rotes hätte ich hier nicht und wir können sich wieder hoch wahrscheinlich nicht jetzt hier noch höher vielleicht bestimmt war ich da schon das war eine riesen coin noch eine riesen coin sehr schön noch mal 20 münzen bekommen ist auch super ja damit kann ich sie grün machen was ich aber versuchen könnte das kann ich auch noch verbrennen oder ich habe ja nichts zum verbrennen ich kann aber hier mich hätte ich gedacht ah verdammt ich dachte ich könnte mich da reinschleichen das ist natürlich lustig gewesen was ich machen kann ist jetzt mit dem ah ja das kann ich mir alles klar ne das funktioniert so nicht schade das funktioniert warum hat er sich vor allem nicht funktioniert was ist los ach man stoppt das ding rein alter was los ist ist panik angesagt ich bin noch nicht bei rot angekommen ich bin nur bei orange ich brauche rot zum kotzen kann ich damit vielleicht nicht her kann ich das nicht vielleicht bevorzugen weißt du wenn ich das mache geht leider nicht schade ok jetzt muss wirklich mal durchlaufen aber wie krieg ich das rot was war zu einfach renne renne ding 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 ach Gott sei dank panic lights ook wenn du was auch zwanzig rechne dir macht Bitte für ajust Ganze Act Und dann da ein grüner Mond, den will ich aber zu rot haben. Der sieht so verdächtig aus. Mal da nischt. Der Mond sieht einfach so danach aus, ob ich ihn mitnehmen könnte, wenn er rot gefärbt ist. Das sind keine Pixelblocks. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Habe ich überhaupt ne Rätsel gefunden? Ah ja, da oben ist noch was. Hier höre ich auch noch was, aber es ist wahrscheinlich der Teleporter gewesen. Okay. Bitte öffne das letzte Turm mit deiner anzüglichen Art und Weise. Auf jeden Fall sehe ich unter uns Lava. Von irgendwo hier muss ein... Irgendwo hier muss was, ne Metallkugel kommen. Kann ich ne Metallkugel da reinpacken? Achso, ich könnte die natürlich... Geht das? Ah, das geht sogar. Nice. Das geht tatsächlich, aber ich bin... ...noch nicht fertig. Wenn die Uhr sagt, das Wasserproblem ist beim Vulkan. Ich könnte damit irgendwo hin. Ich habe allerdings keine Ahnung wohin. Damit komme ich nirgendwo hin. Ah. Ach, schade. Secret Area. Let's go. Mehr Loot. Bekommen wir mehr Münzen von besiegten Gegnern, wenn du durch das Loot-Upgrade zum Funktionieren... Denk daran, du bekommst noch Münzen, wenn du sehr gesund bist. Ah ja. Ich bin aber nicht sehr gesund. Ich bin... ...nicht sehr gesund. Auf jeden Fall, ne? Und der hat sich hier noch irgendwo aktiviert? Wohin? Ach du Scheiße. Äh, hallo. Aber ich will ihm weiter herlaufen. Mann, was wir hier alles gemacht haben, ist ja irre. Ach guck mal, hier ist der Weg... Ah, das ist der Weg zum Vulkan gewesen. Zwei der drei grünen Monde fehlen, um dieses Tor zu eröffnen. Sie sind in Truhen irgendwo unter dem roten Kristall versteckt. Dieses mächtige Werkzeug wird dir helfen, sie zu finden. Truhenfinder. Für 400 Coins. Piept schneller, je näher die nächste Truhe ist. Oh mein Gott, wie cool. Ach, hier muss ich noch zwei Monde reinpacken. Alles klar. Oh mein Gott, wie nice. Für 400 Münzen. Gut, dass ich noch so viele hatte. Wollte ganz kurz trotzdem mal hier hinkucken. Okay, das ist wirklich tatsächlich dieser Bereich gewesen. Ähm, ich will jetzt zum... Zu dem Ort nochmal, wo wir vorhin gewesen sind. Mit unter dem... Unter dem, ihr wisst schon. Aber ob ich eine Ahnung habe, wo das ist? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Weiter zum Anfang. Wo bringt mich das hin? Hatten wir hier nicht letztens die Münzen gehabt, wo ich nicht ran kann? War das nicht hier hinten? Oder bin ich da doch angekommen schlussendlich? Oder muss... Ne, da hinten sind sie. Ja, da komme ich nämlich nur mit dem Translocator hin. Das öffnen wir auf jeden Fall viele neue Möglichkeiten, dieses Ding. Das ist ja ein riesiges Holzschwert. Ach Gottchen. Wow. Achso, die anderen Coins habe ich ja schon mit meinem Blaster geholt gehabt. Alles klar. Ähm... Ich will aber weiter zurück. Das ist schade. Aber jetzt ist das auf jeden Fall schneller als ich, oder? Auf jeden Fall der erste Initialschuss, der ist immer schneller als ich. Also ich kenne hier ein paar Sekunden tatsächlich... Äh, naja. Was heißt paar Sekunden? Minimals Zeit sparen. Wo geht's hier hin? Zu den blauen. Will ich da hin? Stimmt, oder? Nee, das ist irgendwie wieder der gleiche... Der gleiche Weg, wo ich eben nicht hin wollte. Ich möchte woanders hin. Hm... Gab's hier noch irgendwas? Wir haben auch immer das Riesending. Wo führt mich das denn hin? Zum grünen Kristall. Zurück zur Lava. Das ist ja widerlich. Nee, hier war ich ja gewesen. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Da mag ich nie hin. Ich möchte zum... Wo muss ich denn eigentlich hin? Das ist eine echt gute Frage. Au! Alter! Der hat mich ernsthaft nicht da hoch gebracht? Meine Scheiße! Zu den Roten muss ich! Glaub ich sagen, geh ich mal da lang! Kann ich mit dem... Irgendwohin? Irgendwas, was mir was bringt? Ich glaube nicht. Hier nicht. Aber... Die verlieren da hinten immer noch Leben. Hm... Wo will ich denn hin? Wo ist der Teil gewesen? Da hinten? Ich glaube da hinten, ne? Ich komme da noch mal ganz kurz hin. Tschuuu, tschuuu! Ich glaube, der mich nicht runter... runter ließ, oder? War das nicht so? Also nicht wieder... wieder zurück ließ? War das hier? Ja. Jetzt will ich mir nämlich... Ich hoffe, das war hier. Ja. Das eine Ding hole. Und hoffentlich auch die letzte magische Miesmuschel. Aber im Translocator muss ich da runter. Und dann kommen wir auch schon da hin. Aber meine Freunde, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Von Superland. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute! Ciao!